Mein Tipp ist Ö3-0, ASV-Aub Vizeklub, U2-2. Wo geht es, ist oben. Ja gut, dann haben wir die Pillendräger gegen den Karnevalsklub, gegen Mainz. Ja gut, da ist Karneval in Mainz. Da ist ja dann ein bisschen Alarm, aber trotzdem haben die Jungen sich ja hinten ein bisschen verstärkt. Das hat man ja gesehen. Ja gut, und bei den Pillendräger, die haben so einen kleinen Lauf. Die sind gut, also die sind im Moment gut. Wer 4-1 gewinnt in Hobbelheim, die müssen gut sein. Der kann ja auch nicht schlechtreden, auch wenn ich die Truppe nicht mache. Ich mache sie ja nicht, das wisst ihr ja auch nicht. Ja gut, und Mainz, die müssen verlieren, unbedingt. Also das gewinnen die Pillendräger zwischen 3 und 4-1, nehme ich mal an. Ich sag mal 3-1. Dann haben wir Hannover gegen VW. Ja, das ist ein Derby. Die mögen sich ja nicht gerne. Also Hannover, da haben wir ja eine Fan-Frontschaft mit, aber die mögen sich ja nicht mit VW. So VW muss sich auch aufpassen, das sind alles gute Fußballer, aber keine Mannschaften. So sehe ich das. Also ich will nicht immer rumbelästern auf VW, auch wenn ich die Automarge nicht mache. Aber das ist zu wenig. Also mannschaftliche Geschlossenheit haben sie gar nicht. So und Hannover, für mich die Überraschung auch wiederum. Helm, nicht hier mit dem Breitenreiter, nicht? Alte Haarsauer, so will ich das sehen. Das ist der Leer für VW in Hannover, 2-0 und nichts anderes. Mein Typ ist Ö3-0. Aus Frau Vizeku. Die Ö2-2. Wo geht ist es oben? Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020